Meine süßen Kleinen sind vier Wochen alt geworden. Das ist der Löwe, ja? Kleiner. Der so süß ist sein Jungen. Da, da schläft das Mädchen, glaube ich. Ja, bist du das Mädchen? Ja, ein bisschen weiß. Und ganz schwarzer Kater, der ist schon mitgelaufen. Du kommst zu mir, du Süßer. Kiki möchte nicht von diesem Platz jetzt. Ja, der Schwarze ist unter dem Bett. Ja, da sieht man gar nicht. Kiki darf er raus? Die können schon so richtig spazieren gehen. Ja, ich wollte die heute nach unten umziehen lassen. Und Kiki war da so aufgeregt, habe ich die wieder ins Schlafzimmer zurückgebracht. Obwohl, im Wohnzimmer ist viel mehr Platz. Hm, was ist das Mädchen? Die ist süß. Mir fehlt immer Licht, dass ich so gut alles sehe. Ja, Kiki. Oh, oh, der Süßer. Ja. Ja. Aber bald ziehen wir nach unten. Ja. Ja.